Kniepex-Ohrklemmenzange Hallo, ich bin Nikolas Boden aus dem Kniepex-Produktmanagement. In der heutigen Ausgabe von WerkstattTV stelle ich Ihnen unsere Kniepex-Ohrklemmenzange vor. Die Kniepex-Ohrklemmenzangen sind das Original unter diesen Zangentypen, da wir sie seinerzeit in Zusammenarbeit mit dem Erfinder der Ohrklemmen speziell für deren Montage entwickelt haben. Auf den ersten Blick sieht die Kniepex-Ohrklemmenzange aus wie eine herkömmliche Monierzange. Das ist hier allerdings nicht der Fall, denn wir haben im vorderen Kopfbereich der Zange keine Schneiden angebracht, sondern Pressnasen, die ein speziell gestaltetes Profil haben, wodurch wir einerseits einen optimalen Pressdruck auf die Ohrklemmen aufbringen können und gleichzeitig die Ohrklemmen nicht beschädigen. Unsere Ohrklemmenzangen eignen sich für die einfache und zuverlässige Montage diverser Ohrklemmen. Ich habe hier einige vor mir liegen, beispielsweise zwei Ohrklemmen oder auch ein Ohrklemmen in verschiedenen Arten und Durchmesserbereichen. Besondere Anwendungen finden diese Schellen im Kfz-Bereich, beispielsweise an Achsmanschetten, aber auch in Kühl- und Kraftstoffleitungen oder auch in der Industrie an Luftdrucksystemen und Kompressoren. An unserem Demo-Motorraum zeige ich Ihnen nun die Montage einer Einohrklemmen. Der Anwendungsfall ist hier Schlauch auf Stutzen. Dazu nehme ich einmal die Schelle in die Hand, schiebe diese auf den Schlauch. So, die Kombination aus Schlauch und Schelle schiebe ich nun auf den Stutzen, bringe die Schelle in die dafür vorgesehene Position und nehme nun die Knipex Ohrklemmenzange hinzu, setze diese frontal an und durch einfaches Zusammendrücken der beiden Zangenschenkel habe ich nun eine sichere Verbindung zwischen Schlauch und Stutzen. Das andere Ende des Schlauches verbinde ich nun mit einer kleineren Zweiohrklemme mit dem dazugehörigen Stutzen. Dafür setze ich wieder frontal die Ohrklemmenzange an, drücke die beiden Zangenschenkel einfach zusammen, verpresse so erstmal das eine Ohr der Klemme, drehe diese Klemme um 180 Grad, sodass ich auch eine gute Zugänglichkeit auf das zweite Ohr habe, setze die Zange erneut an und durch einfaches Betätigen der Zangenschenkel habe ich so auch eine feste Verbindung auf der anderen Seite des Schlauches. Für Anwendungen, bei denen wir eine schlechte Zugänglichkeit gegeben haben, bei der wir frontal die Ohrklemme nicht erreichen können, bieten wir bei Knipex auch eine Lösung an. Und das ist unsere Ohrklemmenzange mit seitlicher Pressnase. Damit können wir also frontal Ohrklemmen montieren, als auch seitlich. Ein bekanntes Merkmal dieser Ohrklemmenzange hier ist das Loch, was man im vorderen Bereich des Kopfes sehen kann. Das Loch dient allein der Gestaltung dieser seitlichen Pressnase und hat an sich keinerlei Funktion. Auch für solche Situationen gibt es im Motorraum eines Kfz, wie wir es hier bei unserem Demo-Motorraum haben, Anwendungsbereiche. Wir haben hier als Beispiel die Anwendung an einer Achsmanschette. Da haben wir eine schlechte Zugänglichkeit. Wir kommen frontal mit der Zange nicht an die Ohrklemme dran, müssen deshalb die Zange öffnen, seitlich ansetzen an der vorbereiteten Schelle, die ich hier auf die Achsmanschette aufgesetzt habe, drücke nun die beiden Zangenschenkel zusammen und verbinde so durch die seitliche Pressnase der Zange die Achsmanschette sehr gut mit dem dazugehörigen Bauteil. Die Knipex Ohrklemmenzange, sie ist der Klassiker auf dem Markt für die einfache und zuverlässige Montage diverser Ohrklemmen, auch als Ausführung mit seitlicher Pressnase für schwer zugängliche Bereiche. Die Kni역 Ohrklemmen Die Kniilyn mittel Die Ausführung mit Ausführung Die Kniwagen Die Kni hedurt Die Kniop Die Kniaschette Die